Startschuss für das Europäische Blasmusik-Festival in Aue-Bad Schlema. Grandiose Musik. Internationale Künstler aus mehr als zwölf Nationen. Ein Non-Stop-Bühnenprogramm und Mega-Stimmung in einem großartigen Ambiente. Vergessen Sie den Alltag und lauschen Sie den Klängen von Swing und Big Band, Volksmusik, Rock und Pop bis hin zur allseits beliebten klassischen Blasmusik. All das und noch viele weitere Highlights erleben Sie im beheizten und bewirtschafteten Festzelt mit zwei Bühnen und Platz für 4000 Gäste. Lassen Sie sich vom Blasmusik-Fieber mitreißen und überzeugen Sie sich selbst. Vom 20. bis 22. September treffen das 22. Europäische Blasmusik-Festival und das 28. Internationale Musik-Fest wieder aufeinander. Kommen Sie vorbei und erleben Sie eine musikalische Vielfalt wie keine andere. Einfach Grenzenlos Anhalt 2011 Part 2 Part 3 2 4 2 Eisen 자